Ich weiß nicht, was das ist, aber ich sehe Jens Knossi Knossala in WWE erstellen, B in WWE 2K22edito. Auf Twitch kann ich das ja sagen. Das kommt natürlich nicht ins YouTube-Video rein, aber YouTube ist ne... Geil. Sympathischer erster Eindruck, oder? Am besten, ihr schreibt mir einfach unter den YouTube-Videos. Heute bauen wir Jens Knossi Knossala, mein Leidensgenosse. Dieser Mann ist genauso alt wie ich fast. Und ich lasse es euch zu entscheiden, wer jünger aussieht. Erkennt ihr hier schon Brock Knossi, oder was? Ist hier schon... Ja, was? Hä? Ist doch jetzt nicht so... Ist doch jetzt nicht so anders. Oder? Wenn ich mich so hinstelle, ist schon... Ist auch nicht anders. Guck, ich sehe doch auch stabil aus, was das betrifft. Hat noch nicht mal angefangen, einen Bleistift in die Hand zu nehmen, fängt schon an zu lachen. Ja, ich kann ihn ja schlecht runterziehen, ne? Das ist... Was ist mit seinem Mund? Von der Brust passt's. Da kann ich nicht... Äh, kann ich nicht sagen. Hahaha. Seid ihr denn stimmungsmäßig bereit, einen hochkarätigen Twitch-Streamer, äh, Ex-Fernseh-Moderator, äh, äh, mit mir zusammen, hier ein bisschen zu erstellen? So, seine Social Medias. Wir müssen ja auch mal, äh, wir müssen ja auch mal Shoutout machen. Was macht der denn? Ist, äh, äh, weil den kennt ja keiner sonst. Ich unterstütze ja hier auch die Underdogs, ne? Ähm, von Streamer zu Streamer. Wir sind ja keine, wir sind ja keine Rivalen, wir sind ja auch, wir sind ja auch Kollegen, ne? Deswegen, äh, gibt's natürlich auch hier, äh, den richtigen Link rein. Ich glaub, die Gesichtsvorlage ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Es gibt kein Foto, auf dem dieser Mann nicht lächelt. Oder so macht. Oder so. Oder so. Keine Chance. Es war ja noch schwieriger. Der Mann ist so glücklich. Er lacht ständig. Das muss man sagen, das stimmt, ne, Chat? Ich bin eigentlich immer, man sieht mich immer lächeln, gell? Und ich hoffe, es färbt auch auf den einen oder anderen ab, weil sonst fühle ich mich immer einsam, wenn ich da draußen rumlaufe und keiner lächelt, ne? Was sehr, sehr, sehr häufig leider so ist, dass die Leute überhaupt nicht mehr ergrüßen oder lächeln. Was ich echt, echt wirklich, wirklich abstoßend finde. wirklich, das ist so häufig so, dass die Leute nicht mehr lächeln oder irgendwas, ne? Alter! Oh, Alter! Junge! Wow! Krass! Das bin wirklich ich! Das Gefühl, wir werden immer krasser in dem Scheiß! Eier! Ach so, jetzt beschichtet, in dem Spiel soll man nicht lachen oder was? Egal! Ey, kann das jeder machen, so eine Figur? Okay, ey, der macht Ey, das bin wirklich ich Das bin ja wirklich ich Ja, muss Ich bin in deinem Alter Aber ich muss sagen Bei mir war nicht so viel Casino Und sowas dabei Und Rituals Hautcreme Ich nehme Hautcreme wirklich für 18 Euro von Apotheke Bringt nichts Bei mir hilft es wirklich gar nichts Aber dafür auch, verstehst du Das musst du so sehen, jede Falte Ein einmaliger Moment in meinem Ereignisreichen Leben Weißt du, oder? Chat Ey, das ist so krass Von der Seite nicht, oder? Von der Seite nicht, gell? Von der Seite? Wow Ich kannte ihn nicht Guter Typ auf jeden Fall Gefällt mir echt gut Macht der jeden so? Macht der viele so nach? Zum Kinn Oha Holy Shit Ich mach'n Model Ich muss mir kurz einen neuen Kaffee holen, Chat Ich bin sofort wieder da Aber jetzt Ihr lasst mal diese Illusion auf euch wirken, okay? Die Haare fehlen Ich glaube, das wird unser Bester Das wird unser Beste Wow Okay, okay Haare kann er nicht schneiden Er muss irgendetwas nehmen, was es schon gibt Er ist natürlich scheiße Braune Augen hab' ich auch nicht Jetzt seh' ich gar nicht mehr so aus, find' ich Find' ich Jetzt seh' ich irgendwie die Augen Ah ja, die Augenbrauen Ich hab' ja Helle Ich bin aber doch nicht so ein dünner Spargeltarzahn Mach' mir mal ruhig mal noch was auf die Rippen Also wirklich, da schäme ich mich ja Wenn ich so dünn wär' Da schäme ich mich Hau mir mal wirklich noch mal ein paar Rinderfilets oben drauf Das ist ja ne Schande Ey Jetzt seid mal ehrlich Chat Ne? Augen müssen blau sein Oder? Ich hab' doch keine braunen Augen Sagt ihr Ehrliche Meinung Zu Mossi Gesichtsform Wie badass auf einmal Knossi wird Wenn er von einer anderen Person die Tätowierungen abbekommt Wow Ich find's allein schon geil, weil er mit der anderen Hand auch noch auf sein T-Shirt zeigt, Leute Der Cast ist doch bisschen Leute Der Char ist erstellt Das bedeutet Jetzt geht's an die Entrances Das heißt, wir werden Knossi reingehen Äh, äh, wie, wie kommt er rein? Wir wissen natürlich Zu welcher Musik er reinkommt Okay? Brauchen wir nicht reden Ach, jetzt geh' ich in den Ring rein, richtig? Alles gut Alles gut Wow Wow Ja, genau so stelle ich's mir halt auch vor, ne? So wär's Jaaah Der ist aber einfach wieder mal super gut drauf, Chad Hau ihm einen in die Schnauze, jetzt komm Nein, und gib ihm direkt eine drauf Gib ihm direkt eine drauf Wirst du gehen raus, ne? Naja, gut Ich fand eh, ehrlich, ganz ohne Scheiß Meine Figur hätte so nicht gekämpft Ich fand die Figur komplett, ist klar Äh, weil's einfach, weil die Figur schlecht war Pief, alles im Knoppy Ey, vielen Dank, Knospe Alter, Knospe Alter, die Brille für Money Mark Knospe, wenn du das hier siehst Die Brille brauchen wir für Money Mark Krass, ihr kanntet Also ein paar von euch kannten ihn Habt ihr den echt gekannt? Englisch Gut Dass er sich freut, ne? Ey, krass Er ist Twitch-Streamer Ihr kanntet ihn, krass Ey, das ist Also, ich muss dir echt sagen An der Stelle wirklich Vielen lieben Dank Dass du dir die Zeit genommen hast Dass du sowas machst Dass du so eine Figur hergestellt hast Vielen lieben Dank an der Stelle Alge 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 Bis zum nächsten Mal.